Wie ist es, Stein zu sein? Habt ihr eine Ahnung, wie ist es, Stein zu sein? Vielleicht wart ihr mal einige Milliarden Jahre Stein. Oder kennt ihr die Geschichte, wo da sitzen zwei riesen Felsen nebeneinander, zwei Berge. Ja und die sitzen da und da kommen langsam Menschen und die bauen da ein kleines Dörfchen auf und die Jahrtausende vergehen, es wird eine Stadt und dann irgendwann mal flippen die Menschen aus, die Stadt explodiert und dann ist wieder Ruhe. Und da sagt der eine Berg zum anderen, du hast das gesehen? Und der eine sagt, nee das war zu schnell. Shiva meditiert alles und Shiva gießt sich hinein in das Sein und man ist toll als Pflanze. Pflanze, was macht eine Pflanze? In Indien sind Pflanzen die besten Gurus, die man überhaupt hat. Sie sind mit der Erde verwurzelt und nehmen die ganzen Erdkräfte auf und mit jedem Blatt sind sie mit der Sonne verbunden. Und sie sind in tiefster Meditation und die Sonne, die Sonne strömt heraus, sie strömt, sie tönt das Ohm. Ohm, ohm, ohm. Ohm, 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 ohm Die ist einfach völlig da draußen und völlig eins mit allem. Das ist eine tolle Meditation. Das ist eine Meditation, da können die Pflanzen, die sind, die hören den Ton der Sonne. Das Ohm. Ohm. Das machen übrigens auch Wölfe, wenn die heulen. Ohm. Das ist das Ohm der Wölfe. Auf jeden Fall ist das in allem ist da Shiva. Shiva als Pflanze, ganz toll. Shiva als Pflanze, Shiva als Tier, als Mücke, als Fliege. Shiva als die Fliege. Habt ihr mal gesehen, wie toll die Fliegen sind? Die können umgekehrt an der Decke laufen. Ich habe mich mal früher, jetzt bin ich normal geworden, aber früher habe ich mich manchmal mit den Tieren verbunden. Ich war ja auch Gärtner in Genf. Da fingen wir zwei Hektar Garten. Das ist ein Wahnsinnsgärtner. Da ist man völlig im Gärtnerrausch drin. Ist nicht mehr geschafft in die Stadt. Kein Disco gehört. Nichts. Da lag man dann drin. Früher Morgen um 5 Uhr oder wenn die Sonne aufgeht, zack, ist man draußen und nimmt erst mal das auf. Und dann spät am Abend, da ist man dann in so einem ganz besonderen Zustand. Und da hatten die in dieser Kommune, hatten zu der Zeit jeden Donnerstag ein Conseil du Village, also ein Dorfrat. Und wenn man da den ganzen Tag draußen war und setzt sich da hin und dann ist das auch noch französisch und dann weiß man, da werden so politische Dinge geschoben. Da sitzt man da und dann sieht man eine kleine Fliege. Und da kann man die Fliege herunterholen und bewundern und schön. Also solche Sachen gibt es. Und nun, Shiva ist die Fliege, aber Shiva ist auch die Hand, die die Fliege klatscht. es gibt, es gibt nur Shiva. Und Shiva verliert sich in allem, was ist. Das ist seine Meditation. Und er verliert sich nicht darin, er vergisst, wer er ist. Und dann über viele, viele Äonen und so kommt dann irgendwann mal so eine Fliege zur Besinnung. Hey, vielleicht bin ich gar nicht eine Fliege und wird ein Schmetterling oder so. Und irgendwann wird wird man so ein Mensch und weiß immer noch nicht, wer man ist. Und dann nimmt man das Kraut der Erleuchtung und kriegt vielleicht eine Ahnung. die Sache mit dem mit dem heiligen Kraut ist, dass es hat so seine seine Tücken. Also einerseits, wenn man es mit Tabak raucht, dann bleibt man so haften. Ich kenne das von den Händlern in der alten Hippie-Zeit und in Indien. Die Händler, die haben dann ihr Ganja immer mit oder ihr Charas oder ihre Hanf, äh, Hasch mit Tabak geraucht. Denn dann bleiben sie da und können noch es geschäftlich machen und zur gleichen Zeit cool sein. Aber eigentlich ist dieses Kraut, das hat die Fähigkeit, einen wirklich hinein, die Tore zu öffnen, hineinzubringen in eine, in eine Dimension. Aber da ist wieder eine Tücke. Alles, es ist nur, der hohe Geistesflug mit dem Kraut ist nur möglich, wenn man zentriert ist in der Mitte. Wenn man noch so krumme Sachen mitträgt, das bläst auf und man wird, und, und es kriegt dann eine dämonische Dimension. Also es ist wichtig, immer in der Mitte zu sein mit dem Kraut. Also, das ist so im Grunde genommen die Idee von Shiva. Unser Universum ist nicht geteilt in Gott und Schöpfung. Ja, wenn man sich so vorstellt, kann man in so einem Universum leben, aber das ist auch eine Illusion. Und, ähm, es ist nicht geteilt in, in Gut und Böse und so weiter. Sondern alles hat seine eigenen Qualitäten. Und, äh, und, äh, alles ist Shiva. Tag und Nacht. Gut und Böse. Shiva als Mörder des Brahmers, des Schöpfers. Also, wenn man sich das vorstellt. Alles ist, äh, Shiva. und er ist, äh, 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 die meiste Zeit, in, besonders in, die Vision in Nordindien, ist er, äh, in der Meditation eben auf dem Weltenberg. Und, äh, er spürt kaum was von der Außenwelt. Und, für die normalen indischen Bauern heißt das, ja, der ist die ganze Zeit, äh, high, die ganze Zeit bekifft. Und, äh, und, aber er ist der, der Schöpfer des Universums. Er ist, er ist das Universum. Also, und wenn er da ist, ja, was macht man denn als das einzige Wesen im Universum? Was macht man da? Springt man hinein in die Schöpfung und findet sich eine tolle Sache zu machen. Und was ist er da? Meistens einfach so ein verlotterter Kiffer und, äh, das ist, das ist Shiva. Er hat, er hat natürlich, ähm, er hat dann Parvati und, äh, die Tochter des Berges und, äh, und die hatten kleine Kinder, ähm, eine war Skanda, Skanda oder Kartikeya, der ist auch interessant, wie der geboren wurde, das ist eine schwierige Geschichte, mal sehen, ob ich da reinkomme in die. Auf jeden Fall, ein kleineres, das ist der, der, ein tougher Typ, so, und er hat einen kleinen Pfau, das ist die Arroganz, er ist, der Kriegergott ist der und, äh, dann ist der kleine Baby Ganesha, den Parvati herumträgt, als kleines Baby, äh, der hat, äh, der hat einen Elefantenkopf. Wisst ihr, wie der Elefantenkopf kam? Also, ihr müsst verstehen, das ist so, das sollte eigentlich alles in der Bibel stehen. Das ist höchste Mystik und so weiter. Warum hat ein Ganesha einen Elefantenkopf? Ja, weil, äh, Shiva meistens, äh, total bekifft, er herumspazierte im Wald und alles mögliche. und, äh, Parvati, die, äh, die blieb dann zu Hause und die vielen Bittsteller, oh, ich bin krank, hilf mir, oder, oh, mein, äh, mein, mein Verhältnis ist kaputt gegangen und was, alles mögliche und da gehen sie und beten, aber Shiva, pff, gleichgültig, und sie beten und da muss Parvati, äh, da sein. Parvati hört dann, und ihr hört dann zu und da kommen die Amma, kennt ihr Amma? Das ist eine, eine Heilige aus Indien, eine echte Heilige. Kennt ihr die Amma? Ja, die umarmt alle. Haben Wissenschaftler sogar gezählt, wie viele Menschen sie umarmt hat und das waren, äh, um die 30 Millionen, vor ein paar Jahren, ist inzwischen mehr. Ich war mal bei der Amma, also ich kann ja hier Geschichten erzählen, also, das über Shiva könnt ihr alles in meinen Büchern nachlesen, aber, ich war mal in Südindien und, äh, da war ein Strand, der hieß Kovalam, das war damals, äh, noch nicht so wie, ich gehe jetzt überhaupt nicht mehr hin, weil das sind Touristen, da wird der Fisch, den die Leute essen, eingeflogen, aus Thailand, also solche Sachen, ja, und dann, auf jeden Fall war da eine, junge Frau, die saß da am Tisch, eine dicke Brille, und, äh, sie sagte, ja, sie sei Doktorin, und, äh, da haben wir ein bisschen geredet, Doktorin der Philosophie aus Wien, geredet, und dann hat sie gesagt, sie sei da wegen Amma, Amma, die alle umarmt, ob ich die kenne, ich dachte, ne, kenne ich nicht, und sie würde sehr gerne zu dem Ashram gehen, aber sie weiß nicht, ob sie sich traut, in einer Rikscha, so die halbe Stunde dahin zu fahren, da hatte sie Angst, ich sage, ich kann ja nichts passieren, die Leute sind ganz freundlich hier, können sie ruhig fahren, nein, ich traue mich nicht, würden sie mitfahren, dann bin ich mitgefahren, da kam, ich dachte, ja, das ist irgend so ein Guru, da sitzen, oder der Guru ist, oder wie man sagt, und da sitzen so vielleicht 15, 20 Leute rum, da waren an dem Tag 15.000, und die waren alle so in so einer Schlange, der ganze Platz voll, und dann dauerte es mindestens vier Stunden, ehe man da zu Amma kam, und Amma kam dann raus, und hat erstmal wie wahnsinnig gelacht, also so, also all die Narren, die hier sind, und ich habe mich dann hereingestellt, Europäer, Inder, Kranke, Gesunde, Junge, Alte, alle waren da, und endlich kam ich an die Reihe, zur Amma, und da waren Europäer da, alle weiß gekleidet, schon vollkommen überzeugt, dass sie heilig sind, und haben dann Gangeswasser gesprüht, damit man gereinigt zu Amma kommt, das einzige Grund, warum ich das alles gemacht habe, das war, weil ich ja Ethnologe bin, und dachte, ja, wie laufen sind diese Sachen, da kam ich hin, dann sah dann Amma, und auf einmal war es, als sind wir die einzigen Wesen im Universum, alles andere verschwand, und es war so, wir kennen einander ewig schon, und, und einen Moment der Ewigkeit, und da habe ich gesehen, sie ist eine echte Heilige, sie sieht in jedem, den sie umarmt, das göttliche Wesen, sie sieht das Shiva-Wesen in jedem, den sie umarmt, ja, naja, auf jeden Fall ist das so, mit, Amma ist so ein bisschen wie Durga, oder sagen wir mal Pavati, und sie empfängt die Leute, und tröstet sie, und ist lieb zu denen, Shiva, der wandert da in den Bergen herum, aber die hat so viel zu tun, mit all den Bittstellern, dass eines Tages sagt sie, ich brauche mal ein bisschen Pause, ich brauche Pause, ich muss mich mal baden, ich mache ein Bad, und hat sie Wasser reingelassen, und ich brauche einen Torhüter, einen Torhüter, der niemand reinlässt, wenigstens ein paar Stunden, und da hat sie dann den Dreck auch von den Fingernägern genommen, und schor von der Haut, und hat ein kleines Männlein geknetet, und das war ein pfiffiger kleiner Kerl, und sie sagte so, und hier ist eine Eisenstange, und wenn da jemand rein will, halt die zurück, und notfalls hau denen eine, was sie dem Kleinen nicht gegeben hat, war Angst, oder Furcht, und ja, ja Mama, mache ich, und da stellte der sich hin, boom, kleiner Knirps, und da kam dann Shiva, Herr des Universums, also der große Geist, kam dann zurück, und wollte, in sein, in sein Haus, und, ey, was, kleiner Knirps, geh mal aus dem Weg, nein, du darfst hier nicht rein, meine Mutter sagt, hier darf niemand rein, ich bin der Hausherr hier, weißt du denn überhaupt, wer ich bin, nee, ist mir egal, hier darf niemand rein, und da hat Shiva dann seine Ghanas, das sind so die Gefährten, die er hat, was sind denn das für Gefährten, und alles, was andere Leute ablehnen, du die Wahnsinnigen, und die Geifelnden, und die kam so, ja, holt den Kleinen, und jagt ihn weg, und der Kleine, tapfer und mutig, und, er konnte noch immer nicht rein, die anderen Götter, die saßen dann da rum, und dachten, ah, sehr komisch, der Herr des Universums, kann nicht in seine eigene Bude gehen, und das war ziemlich, das war im Shiva ziemlich peinlich, da muss man andere Mittel nehmen, und sein bester Freund, ist Vishnu, der Welterhalter, der Gott der Götter, der einzige Gott, den es gibt, genau wie Shiva, und alle anderen, äh, 333 Milliarden Götter, äh, und, er sagt, du, den müssen wir, das müssen wir hier, äh, irgendwie regeln, lenkt den Kleinen mal ab, und dann säbel ich ihm den Kopf ab, und das ist dann auch geschehen, und der Kopf rollte weg, und, äh, Shiva kam rein, und sagt, hallo Liebling, hier bin ich wieder, und sie sagte, wo ist, wo ist mein Söhnchen, was, wer, ja, der da an der Tür stand, Shiva wusste nicht, was er da machen sollte, äh, äh, naja, der ist weggegangen, wenn ich ihn nicht habe, dann ziehe ich meine Shakti, meine Liebeskraft von der Welt zurück, und das machte sie, und auf einmal wurde es düster und kalt, und, und, äh, es war so wie, äh, alle waren unglücklich, es gab nichts mehr zu essen, und so weiter, und, ähm, und die Dämonen auch, die bibberten, und, und die Götter, und Tiere, und Menschen, die taten sich zusammen, und sagten, und gingen zu ihr, und sagten, bitte, 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 schick deine Liebeskraft wieder in die Welt zurück, sie sagte, nein, nur, wenn ich meinen kleinen Sohn wieder habe, das ist, im Christentum hat man ja auch ein ähnliches Bild, das ist die Marta Dolorosa, und nur, wenn ich den kleinen Sohn wieder habe, ja, der Shiva sagte, das ist kein Problem, ich habe ja magische Kraft, und kann die Mantren, und kann ihn wieder zum Leben bringen, und die fanden den kleinen Körper, und ohne Kopf, und dann, ja, wo ist der Kopf hin? Ein kleiner Dämon wurde ganz rot, ich habe den gar gefressen, naja, macht nichts, wir nehmen das erste Tier, das vom Norden her kommt, und setzen dessen Kopf auf, auf Ganesh, auf den kleinen, und was es war, war ein mächtiger Elefantenbulle, der kam, und, ja, da haben sie dessen Kopf genommen, und, die Brahmanen und Shiva haben das mit Mantren besungen, und so hatte, hat Ganesh einen Elefantenkopf, und Shiva brachte es zu ihr zurück, und sagte, siehst du, hier ist dein Kind, ach, wie lieb, mein liebes Kindlein, das war ja egal, ob der einen Elefantenkopf hatte, oder nicht, das sind so die Geschichten, die die Bauern erzählen, es gibt eine hohe Shiva-Mystik, aber einfache Volk liebt Bilder, und ich liebe auch die Bilder, und die habe ich mir geholt, und er war eben, er war die meiste Zeit, war er breit, was macht man, wenn man Herr des Universums ist, ja, acht bis fünf Uhr arbeiten, und so, das ist nicht unbedingt die Sache, oder in irgendeinem Büro arbeiten, oder so, und, und wie hat er denn, und er hatte eine Hütte, so wie die Unberührbaren, und außerhalb der, am Rande der Stadt, und hat meistens hat er gekifft, und meditiert, und um seine Familie zu ernähren, klein Baby Ganesha, und den Kartikeya, da ist er betteln gegangen, hat Bettelrunden gemacht, und einmal hat er einfach zu viel Bann getrunken, und hat es nicht geschafft, und die Kinder quergelten, ich will mir was essen, und letztes Reiskörnchen, das hatte der Pfau von Skanda, oder Kartikeya, dem aufgegessen, und, und der kleine Ganesha, der schrie, als letztes Brotkrümel, das hatte seine Ratte gefressen, er war ja so ein bisschen wie ein Punk, der hatte ja eine Ratte, wisst ihr, er hat, das war Ganeshas Reittier, eine Ratte, auf die er reitet, es ist sehr schwierig, auf einer Ratte zu reiten, wenn man so ein ganz schwergewichtiger Elefant ist, und er war auch gemütlich, hat immer gerne gegessen, und die Mutter hat ihn sehr verwöhnt, und er war ein dickes Kind, der hätte heute Therapie gekriegt, und die Kinder schrien, und da kam Narada vorbei, und sie sagte, dein Alter ist ein Bohler, ein vollkommener Narr, er ist ja schade um dich, du bist so eine schöne Frau, und ging weiter, und sie war in ihrem Stolz getroffen, und sie sagte, gut, dann mache ich mal die Battle-Runde, und ging durch die Stadt, und hat dann an die Türen geklopft, und mit dem kleinen Kind, und sagte, bitte, und ach, sie arme Frau, das tut mir ja so leid, sie arme Frau hier, und da kam sie, ganze Mengen Reis in ihre Bettelschale getan, und so ging das von einem Haus zum anderen, kam er wieder zurück, kam sie wieder zurück, voll in Reisschale, und Shiva dachte, oh Mensch, ich habe es verpennt, ich gehe mal herum, und mache die Battle-Runde, klopfte an die Tür, das ist ja entsetzlich, sie penne, plunk, Tür zu, bei der nächsten, ach, also, was sind sie denn für ein schrecklicher Mensch, ihre Familie hungert, plunk, Tür zu, war nix in der Bettelschale drin, kam nach Hause, Tränen auf, in Tränen aufgelöst, kam er nach Hause, hatte nichts für seine Familie, da öffnete er die Tür, und da stand Pavati, mit einem riesen Schale, mit Unmengen Reis, und er macht, und sie steckt den Löffel mit Reis in seinen Mund, also, es ist so, das ist eine Ikone, das ist Annapurna, Annapurna ist eine alt-indo-europäische Götter, Gottheit, die gab es in Rom, die Annaperenna, als die Römer einmal hungerten, da kam die Annaperenna, und hat die Römer in einem Frühling gefüttert, überhaupt das Wort, also, sie ist die Ernährerin in dem Sinn, und das sind so die Geschichten, in Annapurna übrigens ist einer der großen Achttausender Berge, das sieht man, ich weiß nicht, ob von Kathmandu aus, aber von Pokhara aus, ein fantastisch hoher Berg, und für die Imagination ist das, ist das eben, ein Reisberg, ist der Berg der Göttin der Nahrung, und da heißt es ja im Indischen, zu den Hungrigen, den Hungrigen erscheint Gott in der Form von Essen. Ja, das sind so diese Geschichten, die da erzählt werden, andere Geschichte ist Basmaka, ein Dämon, der wusste, dass Shiva nicht Nein sagen kann, Shiva kann nicht Nein sagen, es ist die Güte selber, das Wort Shiva heißt Güte, was eigentlich gesagt wird ist, der Urgrund des Seins ist gut, und ist Güte, und Shiva kann nicht Nein sagen, aber er ist meistens so weit weg, und so high, wenn Leute kommen, und ihn etwas fragen, so ja, ja, ist gut, das wusste dieser Dämon, und er kam dann zu Shiva, er hat jahrelang, als Käse geübt, Meditationen gemacht, tausende von Jahren, und konnte dann zu Shiva gehen, und sagte zu Shiva, du, Shiva, hier, ich habe dir was mitgebracht, eine Laute, eine Gitarre, Shiva, ja, ja, Mann, cool, bang, 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 Ja, und was willst du? Ich will, ich will eine Gabe von dir, dass jeden, den ich berühre, dass der, ja, so, zersprengt, zerstört wird, nur berühren, bumm, ist er weg, Shiva sagt, ja, das klingt okay, ja, kannst du haben, in dem Moment, springt dieser Dämon, als er diese Gabe hat, auf Shiva selbst, wenn es immer der Dämon, auch in uns, das ist Psychologie, der Dämon in uns, der die Macht haben will, anstatt das göttliche Selbst, springt auf Shiva, und Shiva, boah, kommt zu sich, und fängt an zu rennen, und rennt über die, durch das Götterdorf, und, ja, seine Schlangen, die seinen Ländenschurz halten, fallen weg, und er rennt splitternackt, Hilfe, Hilfe, jemand will uns, will mich umbringen, und die anderen Götter lachen, ha, 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 wieder so, nervig hat er, nein, nein, ist ernst, Hilfe, Hilfe, und der Dämon hinterher, eigentlich, wirklich einzig nur sein bester Freund, und das war Vishnu wieder, erkannte die Lage, und, lenkte den Dämon ab, indem er sich die Maya, die Gestalt gab, die illusionäre Gestalt, der schönsten Frau der Welt, und das war die Mohini, und der Dämon, ha, ha, hey, ha, ha, wie wär's mit uns, Shiva konnte weg, nun, sagte Mohini, du kannst mich haben, aber nur, wenn du mit mir tanzt, und, ja, machen wir, und dann hat sie so ein Bein gehoben, er hat ein Bein gehoben, und sie hat ihm vorgetanzt, und gedreht, und, und so weiter, und dann hat sie, während des Tanzes, ihren Kopf berührt, er hat seinen Kopf gerührt, und puff, war er weg. Eine andere Geschichte, da gibt es doch den Ravana, kennt ihr den? Ravana, 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 das ist der, das ist der Erzzauberer, der ist elegant, kultiviert, er hat, er kann seine Gestalten wechseln, er ist eine schillernde, magische Persönlichkeit, und er dachte, eigentlich wäre ich doch der Herr des Universums, ich mit meiner Würde, und mein kultiviertes Wesen, und wer ist der Herr des Universums, dieser, dieser aschebeschmierte, Drogentyp da, das geht doch nicht, und er hat die schönste Frau der Welt, geht auch nicht, ja, und da hat er echte Askese gemacht, das muss man, um da hinzukommen, also der hat sich, ja, was hat er zwischen, im Sommer in der Gluthitze, hat er sich zwischen Feuern gesetzt, und im Winter in eiskalte Bäche, er hat, er hat seine Haut abgeschält, einfach, um seinen Willen zu stärken, gibt es ja immer noch in Indien, man sieht in der Kumbha Mela, sieht man welche, die da völlig von Shiva begeistert sind, und sie sagen, ich hebe meinen Arm hoch für Shiva, und werde ihn nie wieder runternehmen, und da gibt es welche, die machen das, und nach einer, und, ja, so ein paar Minuten geht das, aber nach ein paar Stunden, und das ist der eiserne Wille, die Hand hochzuhalten, und dann nach einer Weile, da wird es fest, und die Hand wird so dünn, wie eine Vogelklaue, nach einigen Jahren, also wer so einen Willen hat, wird gefürchtet, und meistens ist es so, dass, wer so einen Willen hat, die Götter gucken, Indra, der Donnergott guckt, und sagt, oh, 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 wer so einen Willen hat, der könnte mich ja von meinen Götterthronen stürzen, da muss man was unternehmen, da schicke ich mal ein bisschen Versuchung hin, ein paar so tanzende Freudenmädchen, vielleicht würde es helfen, und so, aber es gibt welche, die haben eben diese, diesen eisernen Willen, oder der eine, der ist ganz berühmt geworden, der steht nur auf einem Bein, und das schon seit Jahren, das Bein ist ganz dick geworden, und so, aber so einen Willen zu haben, die werden in Indien sehr verehrt, hier kommen sie in die Psychiatrie, aber dort werden sie verehrt, weil das ist ganz was Besonderes, das hat Ravana gemacht, und zwar über lange Zeit, über zehntausende Jahre, und dann hatte er die Kraft, um Shiva zu konfrontieren, und ging da hin, und sagte Shiva, gib mir deine Frau, da sagte Shiva, ja okay Mann, ist alles okay, und die kleinen, die kleinen Geisterchen, die da mit waren, die waren ganz entsetzt, Shivas Frau war nämlich unterhalb vom Kailash, in dem Manasar, Manasarovasee, und hat gerade gebadet, und kamen hin, hey, der Shiva hat dich verschenkt, an Ravana, den Dämonen, und das sagte, Parvati, na gut, und hat dann, einen Frosch genommen, und hat den Frosch, durch ihre Zauberkraft, ihr Meier, schönste Gestalt gegeben, und, also so, so wie, ich weiß nicht, wie man heute sagt, Merlin Monroe, oder sowas, und da kam der, kam Ravana, und sagte, oh, das ist Parvati, die nehme ich mir jetzt mit, und dann flog er zu seiner, zu seinem Palast im Süden, und die Hochzeit wurde gefeiert, und dann nahm er sie auf die Hochzeitscouch, und puff, war der Zauber vorüber, da saß ein Frosch auf dem Bett, das sind so diese kleinen Shiva-Geschichten, immer und immer, immer hart, also das eigentlich, sind das ganz tiefsinnige Sachen, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, ja, und dann ist noch, ja, wie kam, wie kam es, das Shiva, so ein Penner wurde, es ist, als sie jung vermehlt waren, ist er immer gewandert, immer durch die Berge, und, und Wälder gegangen, und eigentlich ist da Parvati selber schuld, denn sie dachte, wenn ich ihm schön Pang gebe, dann bleibt er da, und tatsächlich, er hat Pang und getrunken, und da war das die allerschönste, nicht nur in alles so faszinierend und schön, er kam nicht weg, und das Haus war ein Palast geworden, und so blieb er zu Hause. Ja, dann gibt es ja noch die, dann gibt es ja noch die Ideen von Shiva, Shiva ist eigentlich so ein bisschen, denn das Bild, sein Bild, mehr als das von Pan, ist in unsere Mythologie hineingegangen, als der Teufel, denn Shiva ist alles, und was er ist, und wie er erscheint, kommt von unserer eigenen Seelenverfassung an, aber es ist so, er wird dargestellt, er tanzt mit allen möglichen Dämonen, und mit dem Dreizack, Dreizack ist ja die Teufelsgabel, in Zentralasien, bei den Sibirien, Mongolei, Sibirien, und Himalaya, ist es der Zepter, der Schamanenzepter, es ist der Weltenbaum, es ist der Weltenbaum eigentlich, der so dargestellt wird, aber das weiß man heute nicht, weil im Mittelalter wurde der Dreizack zur Teufelsgabel, wo er die armen Seelen damit traktiert, deswegen haben wir als Besteck, also im frühen Mittelalter hat man kein Besteck gehabt, hat man meistens ein Messer gehabt, hat ins Fleisch gebissen, und dann die Knochen weggeworfen, oder Brot in die Suppe, Löffel gab es, aber als die Syphilis kam, da wurde auf einmal die Natur, war man ängstlich und gefährlich der Natur gegenüber, und man ging sie an mit Besteck, schob Metall zwischen sich und dem Essen, ist genau wie, man hat auch nicht mehr die Kinder gestillt, oder man hat sie Fremden gegeben, weil das Organische war dann irgendwie Suspekt, und die Kinder in Kinderwagen vor sich her geschoben, anstatt nahebei das Essen, in Indien gefällt mir das immer, dass man immer noch mit der Hand essen kann, da fühlt man das Essen auch viel besser, Ja, und als dann Besteck kam zum Essen, da hat man extra die Gabel, anstatt drei Forken haben man vier gemacht, weil man wollte ja, die Kirche hat dann darauf bestanden, man wollte nicht eine Teufelsgabel haben, und vergessen ist eben, dass das ein Zepter der Schamanen ist, und es ist so, was ist das, er tanzt im Feuer, und die Dämonen sind herum, Also das ist, das habe ich erlebt, als ich zuerst nach Indien kam, ich kam da als Ethnologe dahin, und Gast an der Universität, aber die Universität war im totalen Chaos, Auflösung, weil die Studenten wollten in die Bücher schauen, um ihre Examen zu machen, und die Professoren sagten, nein, ihr müsst das lernen, könnt nicht, ja, aber wenn wir dann im Beruf sind, schauen wir ja sowieso in die Bücher, warum sollen wir das lernen, bitte schön, warum sollen wir das lernen, ihr habt das zu lernen, und da wurden dann keine Examen mehr gegeben, und da haben die Studenten, sind dann an den Ganges gegangen, zu den Gewalttäten, der Kaste der Gewalttäter, es gibt Kasten für alles, und haben die Gewalttäter geholt, und auf den Campus, und haben es der Fakultät heiß gemacht, dem Dekan wurde der Arm gebrochen, die ja, als er aus dem Auto stieg, die Post wurde, die Post wurde niedergebrannt, da hat dann die Fakultät ihrerseits Gewalttäter angeheuert, und das war eine ganz, also ziemlich schwierige Sache, auf jeden Fall, am ersten Tag lief ich am Ganges entlang, und schnupperte, und hey, das riecht ja, das riecht ja nach Barbecue, wie in Amerika, Nationalfeiertag, verbranntes Fleisch, Barbecue, das sind doch alles Vegetarier, und dann sah ich ein Schalterhaufen Verbrennung, das war Harichandra Ghat am Ganges, und ich so, ach ja, das, wie man hier programmiert ist, das schaut man ja nicht an, aber das Pathologische fasziniert eben, und dann guckt man nochmal, und gerade in dem Moment, muss irgendeine Sehne gerissen sein, weil die brennende Leiche schnallte nach oben, Gesicht war teilweise schon weggebrannt, und es sah aus, als grinst die mich an und sagt, Namaste. Und ich war schockiert, und dann kam so ein kleiner Hindu daher, und sagte, oh, you must look, you must look, burning is learning, cremation is education. Und dann habe ich gemerkt, ja, alles ist öffentlich, auch so, was wir in unseren kulturell bedingten Ritualkabinen machen, Klo und Toiletten, das machen wir einfach draußen, da sitzt man so am Morgen, um die Gedärme zu leeren, sitzt man da in der Hocke, raucht vielleicht ein Bidis, was auf dem Land, und erzählt sich Neuigkeiten, die Frauen, die sind dann, haben ihre eigenen ein bisschen besser geschützt, hinter ein paar Büschen, und es ist alles offen, Leben und Tod ist offen, und die Kranken, ja, die wurden, als ich damals war, die werden dann, die gehen raus, die werden nicht abge, also in einem Gebäude oder so, damit sie teilhaben am Leben, und damit sie eine Kuh berühren können, denn das bringt Heilung und Segen, oder ein bisschen Kuhurin, das ist, macht man als guter Hindu, habe ich auch gemacht, immer jeden Morgen, hart, kühl, ein bisschen Gras gegeben, und das tut gut, und so weiter, und das ist alles, und die Wahnsinnigen, ja, die werden auch nicht eingesperrt, das ist irgendeine Gottheit, die in ihnen ist, und schlafen mitten auf der Straße, der Verkehr macht einen Bogen herum, oder laufen herum, denken, sie sind irgendeine Gottheit, haben, einer hatte so eine Feder im Haar, und Tomate hängen, die gehen, woing, 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 und hat er Flöte gespielt, ich denke, er dachte, er war Krishna, und der Geist Krishna war wahrscheinlich in ihm, auf jeden Fall, die Verbrennungen, die sind dann öffentlich, und man kann sich mit hinsetzen, und einstimmen, und bei solchen Verbrennungen, die Verwandten, die sind alle auf, nicht auf Chillum, sondern auf Bang, und Bang sind die, ist die Hanfblüte, die wird zerkleinert, und mit Joghurt gemischt, zu Kugeln, und ein bisschen Pfeffer rein, und das hebt ab, von dem Alltag, so dass sie den Toten mit begleiten können, das nennt man Totenbegleitrituale in der Ethnologie, und ich setze mich hin, ich habe keinen Bang genommen, aber ich habe mich hingesetzt, und konnte mich einstimmen, die ganzen Verwandten sind da, und die Freunde, und die haben die Haare geschoren, das kennen wir auch, das ist so, man gibt das, damit die Verstorbenen, die nicht mit, damit sie den Menschen, hier nicht mitziehen, da gibt man etwas mit, aber man lässt ein kleines Haar, ein Chotivala, so ein kleines Haar, und das bindet einen noch ans Leben, die Buddhisten, die scheren ja ganz ihren Kopf, und die Idee da ist, sich loszulösen von, also Nirvana anzustreben, loszulösen von jeder Bindung, bei Hindus ist das anders, da wird die Erde, und das Leben mehr bejaht, da will man nicht weg, und da sitzen sie da in der Meditation, und eine Meditation, wenn viele da sitzen und meditieren, die Meditation, wird geteilt, das ist nicht wie einige unserer Psychiater denken, das ist subjektiv und persönlich, nein, man kann eine Vision, kann geteilt werden von einer Gruppe, besonders eine Gruppe, auch wenn es Freunde sind, oder Blutsverwandte, dann ist das sehr möglich, und sie sitzen da und meditieren, was passiert, und es ist, und da liegt dann die Leiche auf dem Holz, und, liegt auf dem Holz, alle haben Bang genommen, deswegen ist ein Name von Ganja, ist das Kraut des Harschini, Harschini ist der Gott der Toten feiern, und nimmt Bang und sitzen da, und der älteste Sohn, wenn oder jemand, der die Stelle des ältesten Sohns hat, geht zu dem, zu dem Dom, verwandt mit unserem Rom, Roma, das sind die Unberührbaren, die das Leichen, die das Feuer hüten, und die sind mit die Reichsten, so die Kastensachen, hat nichts mit unserem Klassenbewusstsein zu tun, die sind reich, die sind reich, weil sie Monopol des Feuers haben, warum haben sie den Monopol des Heiligen Feuers, das seit Urzeiten brannte, warum haben sie das Monopol, als die, als arabische, oder die islamischen Heere kamen, alles verwüstet haben, wollten sie auch das Feuer löschen, aber die Unberührbaren haben es in ihre Hütte genommen, und haben gesagt, das ist nur ein Kochfeuer, das ist, und deswegen haben sie das Recht, jeden Preis zu fordern, kommt ein ganz reicher Brahmane, oder was immer daher, da ist das Feuer teuer, für einfache Leute ist es billiger, und der älteste Sohn bringt das, und da wird der Tote eingewickelt, und mit Butter von der Kuh, Kuh ist immer gut, heilig, eingeschmiert, und dann brennt es auch besser, und da wird der Mund angezündet, also es ist so, wir machen das meiste Karma mit Worten, und dann brennt das, und wenn man dann in der Meditation ist, und man stimmt sich ein, dann sieht man, wie die Seele sich herauswindet, denn die Bewegung des Lebens ist, ist wie ein Kreis, oder ein Wirbel, das geht bis in die, bis in die molekulare Ebene, das DNS ist ein Wirbel, und wenn unsere Seele den Körper verlässt, werden wir schwindelig, und das ist, wenn die Seele herauswirbelt, oder wenn wir stockbesoffen sind, dann sind wir nicht fest in unserer Seele drin, dann werden wir schwindelig, oder wenn wir zu viele Lügen erzählen und schwindeln, dann sind wir auch gefährdet, auf jeden Fall sieht man, wie die Seele herauswirbelt, und sie hat die Gestalt, nicht die Seele, der Geist, der da verkörpert war, hat die Gestalt Shivas, weil wir alle in unserem Wesen Shiva sind, und da tanzt Shiva heraus. Bei uns, wenn wir diese Vision haben, in der westlichen Welt wird es wahrscheinlich Jesus sein, oder bei den Muslimen Mohammed, wo sich der Geist oder Geistseele eine Form geben, aber dort ist das Shiva, und er tanzt heraus, er wirbelt heraus, und dann, und mit seinem Kreizack, im Feuer, und dann tanzen überall die kleinen Dämonen, also richtig so hässliche kleine Gestalten, und das sind all die, noch das unerlöste Karma, all die Sünden, all die Begierden, die die Menschen in sich tragen, die lösen sich nämlich dann von dem Kern und nehmen ihre eigene Gestalt an und tanzen so, hat überhaupt nichts mit Teufel zu tun, und wenn dann die Seele raus ist, man kann es sehen, wenn die Meditation stark genug ist, dann sucht die Seele ihren Körper, und den sie gerade verlassen hat, und meistens kommt dann entweder ein Vogel vorbei, und dann fliegen sie in einer Vogelschark, und zuletzt suchen sie einen Baum, deswegen gibt es ganz alte, die heiligen Piepalbäume, einen Baum, wo sie dann einen neuen Körper haben, aber Pflanzenbäume sind nicht mikrokosmisch abgeschottet, sondern offen zum Himmel und offen zur Erde, und der Baum ist dann der Weg zu den Petri, zu den Vorfahren und Ahnen, er ist makrokosmisch, die Seele kann sich ausweiten, und das ist der Vorgang, der dort ist, und deswegen ist das Bild von Shiva tanzend, als das in den Westen transportiert wurde, dann passte das sehr gut in das Bild, das wir haben, dieses schizophrene Bild, es gibt Gott und es gibt Satan, und das passt dann zum Bösen, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Inder nehmen, die sind nicht die ganze Zeit bekifft, nur die Gottes Trunkenen, es wird nicht gerne gesehen, wenn junge Leute in Indien, wenn sie Ganja nehmen, in irgendeiner Art, oder rauchen, das ist eine Untugend, die zum Teil die Hippies mit reingebracht haben, Denn die Aufgabe der jungen Leute ist, sich zu inkarnieren, hereinzukommen, und erst die Älteren, die sich wieder lösen, da fangen sie an, in den verschiedenen Stadien, Bang oder Hanf zu nehmen. Die jungen Leute sollen, da gibt es vier Stadien in Indien, und da ist die Jugend, das ist Brahmacharya, und das heißt, man dient, man lernt, was für das Leben wichtig ist, man dient dem Lehrer, das ist ein Guru, der Lehrer, es kann auch Wagenbauer sein, oder was immer, jeder, der euch was beibringt, ist ein Guru in dem Sinn. Und dann kommt die, und das ist die Phase des Brahmacharya, und dann kommt eine Phase des, also wo man heiratet, der Haushalter. Da, bei der Hochzeit, ist es oft so, in der traditionellen Hochzeit, dass die Eltern versuchen dann, die richtigen zusammenzubringen, also Mann und Frau, und die haben ja immer das Beste im Sinn für ihre Kinder. Und sie wollen ihre Kinder nicht dem Hormonrausch überlassen, dieses Verliebtsein, wollen das nicht überlassen, und suchen dann einen Partner, also die Kaste muss stimmen, alles andere muss stimmen, dann gehen sie zum IOTC, das ist der, das ist der Astrologe. Elf Jahre muss ein Astrologe an der Universität dort studieren, das ist sehr, sehr aufwendig, um zu erkennen, ob jemand zusammenpasst. Und oft war es so, dass dann bei der Hochzeitszeremonie, das ewige Feuer brannte in der Mitte, die Brahmanen, haben 5000 Jahre alte Gesänge gesungen, die Braut hatte den, einen Schleier über das Gesicht, ihr, 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 Kleid war verbunden mit dem, was der Bräutigam trug, und dann liefen sie um das Feuer, und dann, wo der Schleier gelüftet wurde, sahen sie einander und erkannten sich, so wie in der Bibel, sagen wir auch, sie erkennen einander und sie erkannten sich und sie erkannten, dass sie ewig mit zueinander gehörten. Und während der Zeit, und das ist nicht etwas, was auf der Erde im normalen Alltag stattfindet, sondern die ganze Hochzeit, die mehrere Tage dauert, die ganze Hochzeit, da wird Pan genommen, da wird dieses sakrale Kraut genommen, genauso wie bei den Totenritualen, denn da hebt man ab und geht hin mit ein Teil in die andere Welt und auch hier die Verbindungen finden dann nie, es sind nicht eine irdische berechnende Sache, sondern es ist ein Wiederfinden. und alle sind dabei und sie begleiten das, alle sind wie in dies mit durch Ganja, haben sich die Tore geöffnet und es ist eine Hochzeit, die im Himmel stattfindet und eigentlich ist es wieder nur Shiva und Pavati, die heiraten. in der Sakralen, ja und dann ist es eben diese Phase, dann wird Familie gegründet und der Wohlstand der Familie gemäht, um heilig zu sein in Indien braucht man nicht bettelarm sein, das hat ja auch Bhagwan Rashnish gezeigt, wie viel Rolls Royce hatte er, er wollte einen für jeden Tag, rumspielen, die Leute denken alle, ich bin gierig, vielleicht war er, weiß man nicht, aber er hatte, also das ist die zweite Phase, die dritte Phase ist, wo sich die, wo die Eltern, die Kinder groß geworden sind, sie leiten die Geschäfte weiter und so weiter und dann ziehen sich die Menschen zurück, Mann und Frau in den Wald, Vana Prashta, in den Wald und lesen die heiligen Schriften und meditieren und dazu nehmen sie Pang, denn Pang und Ganja und so weiter ist ein Auflösungsprozess, während die Jugend und die weltlichen Dinge ist ein Verkörpern und da fängt das Loslösen und Entkörpern, das Gehen in die geistige Welt an. Wir hier in der westlichen Welt sehr viele junge Leute rauchen und so weiter, das ist, weil wir so verkrampft sind, wie Rudolf Steiner sagte, so armanisch verhärtet, dass es wichtig ist, überhaupt aus diesem Gefängnis herauszukommen. Aber in der traditionellen Kultur, die ist über Jahrtausende alt, ist es so, dass erst in der zweiten Lebenshälfte nimmt man das, um die Tiefsinnigkeit der Schriften und der Lehren zu verstehen. Und dann kommt die Phase, wo die letzte Phase, und das heißt Sannyasin, und da kleiden sie sich in roter Kleidung und das bedeutet, wie ist eine Vorbereitung auf das Leichenfeuer. Sie verlassen das Leben und dann fangen sie an, Charas zu rauchen und das ist wie ein Miniatur Leichenverbrennungsplatz in dem Ganja, das geraucht wird ohne Tabak. Da verbrennt altes Karma, das wird, das ist durchmeditiert, durchmeditiertes Leben und es wird Shiva geweiht, es wird Shiva geweiht, an die Stirn, an das dritte Auge gehalten und bumm, Shiva. Und wenn die Asche rein weiß ist, das heißt, dass das Karma ziemlich gut aufgelöst ist. Das ist die letzte Phase, wo es so geraucht wird. Aber es gibt auch die Sadhus, und das sind welche, die rauchen die ganze Zeit. Die sind wie lebende Tote. Sie sind jenseits, sie haben ihre Namen abgelegt, sie haben ihre Familien verlassen, sie haben ihre Nationalität alles abgelegt und sie gehören nur noch Shiva. Und ihre Initiation findet auf Leichenverbrennungsplätzen statt, um Mitternacht. Und da werden sie ganz und gar in Leichenasche eingerieben. Und sie rauchen, weil sie ständig mit diesem göttlichen Geist in Verbindung stehen und wandern dann, sie sind wie, sie gelten als lebende Tote. Okay, und dann vielleicht wart ihr mal in Indien oder habt mal Hippies kennengelernt, die rauchen dann so und dann sagen sie weihen sie das Bom Shiva Bom 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 Bolanat Wo kommt das Bom Bom her? Ist auch eine länger, wie viel Zeit habe ich hier, dass ich das noch erzähle oder ist das jetzt genau das kann man noch erzählen. Ja, das ist so, dass in der Urzeit hat Brahma die Welt geschaffen aber und waren da Menschen da, Männer und Frauen und die hatten von Shiva gehört und waren nicht interessiert in Zeugung und so weit hin nur Shiva gefolgt das waren Kopfgeburten Brahmas und da hat Brahma dann Ur Schöpfer Brajapathis geschaffen und die sollten die körperliche Vereinigung fruchtbare Vereinigung kreieren und schaffen und ja und da war dann Brajapati war der Oberpriester ein Brajapati der hieß Daksha Daksha das hat zu tun mit nach rechten sehen das ist verwandt mit dem lateinischen Dexter das Rechte das gerechte das und er war ein wunderbarer Priester und er ordnete alle Dinge er hatte eine schöne Tochter die hieß Uma das ist Licht und er wollte dass er und seine Frau wollten dass sie einen würdigen Fürsten heiraten aber sie hat Shiva erblickt und war in ihm vollkommen verliebt hat sich ihm hingegeben und er war aber Außenseiter war nicht eingeladen und sie konnte nicht verkuppelt werden weil sie eine Prinzessin war sie durfte ihren eigenen Mann wählen da wurden alle Fürsten und alle edlen Herren von der ganzen Welt eingeladen von der oberen Welt der mittleren Welt und der unteren Welt zu einem Fest und sie sollte den wählen mit den sie liebte aber er durfte nicht rein er war gar nicht da und sie sollte einen Kranz dem zuwerfen den sie auserwählt hatte da wirft da schaut sie sieht ihn nicht und wirft einfach einen Kranz in die Luft und Shiva manifestiert sich und empfängt den Kranz da konnte der alte nichts machen mehr und musste ihnen musste die Hochzeit erlauben und hat ihnen noch einen großen wunderbaren weißen Stier geschenkt das ist Nandi der Stier und da sind sie dann losgeritten in die Berge ins Himalaya zum Kailash auf dem Stier sind sie losgeritten und als sie dann ankamen in die Wildnis in die höheren Berge wurden sie schon von Wolf Geheul begrüßt und die Dämonen rasten hin und her und fauchten und die wahnsinnigen Naturgeister kicherten und sie waren dann außerhalb und verbrachten wunderbare Tage Tage der Wonne am Anfang war sie etwas schüchtern und scheu und aber dann haben sie Pang genommen und dann fing es mit der Liebe also richtig an das können wir uns gar nicht vorstellen denn Shiva kann sich ja in alles und Uma auch in alles hinein verzaubern die haben es getrieben als Mücken als Fliegen als Frösche als Hunde als Affen als Schweine als Dämonen als Engel und also es war die totale Ekstase in jeder Dimension das ist nicht fremd das sind wir wir haben es nur noch nicht realisiert oder einige vielleicht schon auf jeden Fall war das so die absolute Wunder in der Zwischenzeit wurde mal wieder ein Welterhaltungsfest von dem großen Priester Daksha dem Prajapati gehalten alle Götter kamen alle wurden eingeladen die Götter kutschen fuhren durch den Himmel und Uma sagte hey was ist denn das warum bist du nicht eingeladen du bist doch der Urgrund des Universums er sagte das ist mir egal diese Opfer was nützt mir dieses verbrannte Fleisch und das Gemurmel der Priester und Brahmanen was mich interessiert ist die Liebe von meinen Nachfolger oder meinen Anhängern und komm Uma lass uns das vergessen aber sie konnte es nicht vergessen ich bin die Tochter von Prajapati und dass sie dich nicht einladen ist eine große Beleidigung also ließ sie sich nicht halten sie nahm einige sie sprang auf den Stier Nandi und ritt hin zu dem großen Opferfest und sagte ja was ist das sie berührte die Füße ihrer Eltern aber sie wurde nicht gegrüßt und sagt du bist eine verkommenen Tochter dich da herumzutreiben mit dem da runter du bist verbannt sie wurde so zornig dass sie sich in ihrem Zorn erhitzte und verbrannte deswegen heißt sie Sati die Tugendhafte das haben ja indische Witwen haben das ja gemacht um mit ihrem Mann zu bleiben sind sie auf den Scheiterhaufen gesprungen wir denken ja das ist gezwungen und so weiter nein es gibt es gibt es tatsächlich wo Seelen miteinander gehen das gibt es ich habe das in Rajasthan noch erlebt das waren Universitätsdozenten ganz modern Vater war gestorben die Mutter sagt ich spring drauf das ist ja gesetzlich verboten ich mache was ich will und bei der Verbrennung ist sie tatsächlich mit auf den also das sind so Sachen die wir im Westen nicht so klar hinkriegen ja und dann war sie verbrannt und Shiva wurde zornig er riss Teil seiner Haare aus schlug damit den Boden da kam Badrakali eine zerstörerische Furie und noch ein Dämon und die rasten dann zu diesem großen Opferfest sie warfen die das Opfertier das war ein Hirsch oder ein Reh warfen im hohen Bogen über den Ganges einem alten Gott der Kühe Puschan hauten sie die Zähne raus der kann nur noch Brei und Bananen essen andere andere Götter sogar Vishnu kriegte einen ab und hatte eine Beule und alle hatten einen riesen Schreck und sind dann zum Kailash gepilgert bitte bitte beruhige dich werde wieder der der du bist Shiva und der Pratschupati der Schwiegervater sagte ja nein der Pratschupati er sagte nichts weil die hatten ihn geköpft und hatten ihn geköpft ja und das war es aber man braucht einen Oberpriester haben sie hat der Brahma selber gebeten bitte mach ihn lebendig na gut dann müssen wir den Kopf haben und ihn setzt sich drauf sagt die Mantren wieder war der Kopf weg entweder das Feuer geholt oder ein Dämon hat ihn als Spielball irgendwie vermehrt oder so da sagte Widerschieber das erste Tier was kommt oder erste Wesen was kommt dessen Kopf nehmen wir es war ein Ziegenbock so wurde kriegte der Oberpriester so einen sklerotischen Ziegenbock aufgesetzt Kopf aufgesetzt und so ist der Oberpriester mit Ziegenbock das sklerotisierte verhärtete im Kopf sein eigentlich das da angesprochen wird aber erkannte Shiva und fing an Shiva anzubeten und wenn er betet macht er aber das klingt in Indien so und alle Ziegenköpfe wenn sie rauchen also das ist nur ganz winziger Ausschnitt Indien ist so wie ein Urwald es ist nicht eine Wüste sondern Wachsende es gibt keine offizielle Lehre das wächst und blüht die Imagination und ich finde das immer ganz ganz toll diese Geschichten tiefe Weisheit dahinter oberflächlich also wirklich manchmal richtig blöd so das ist ist das Vielen Dank.